Das ist einfach eine Rostdaube hier weg. Haha, macht dich halt nicht so dick. So, wohin? Meine Mami hat gesagt, du sollst dich besuchen kommen. Oh, der hat ein Wheelie gemacht, Tatea! Waren sie viel hier noch? Ja. Waren sie jogging hier? Ich glaube nicht. Haha, geil! G Gurkirch Musik 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 Masked up! geiler wheelie läuft bei dir bitte keine ahnung wir sind nicht einfach verfolgen gefahren weil du geilen wheelie gemacht hast 1 ... 1 2 2 2 3 Ahhhh! Oh mein Gott, das tut so weh, krank, wow, mein Hals, bei 240 plus, da reißt mein Hals ab. Ja, und Erwin sah eben hier schön aufrecht. Junge, bei 240, mein Kopf reißt ab. Was ist das überhaupt für ne Maschine? Hornet? Weil du so ne abgefahrene Lichtmaske hast. Und noch! Abgefahren! Wir haben einen neuen Homie gefunden, der fährt jetzt mit Honda Hornet mit ner anderen Lichtmaske. Ist nicht so mein Ding, aber irgendwie trotzdem spacig. Schöne! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wo sind wir hier schon wieder? Die armen LKW-Fahrer, die hier schlafen gerade. Willst du uns abziehen oder was? Irgendwie ist da ein Mikro rausgefallen. Ich glaube, du musst die Kamera ausmachen und wieder an, sonst funktioniert es nicht. Wo sind wir hier? Was machen wir hier? Das würde ich auch gerne mal sehen. Wir können uns doch kurz hier unterhalten. Weiter fahren wir, wo wir hinwollen. So, wohin. Rechts gefahren wäre es auf der Straße und hier rechts wäre es schön, über die Jammstraße nach Binnenberg zu kommen, aber das ist egal. Ganz reich, ne? So fahren solche Leute nicht rechts. Der fährt auf der linken Spur und wird von jedem Menschen rechts überholt. So etwas verstehe ich nicht. Wie kannst du dich so als Autofahrer verhalten? Der rafft es nicht mal. Der fährt einfach auf der linken Spur. So, guck gerade aus. Ich habe ihm gerade irgendwie so diese Geste gezeigt. Was geht bei dir? Was machst du? Der hat nicht mal darauf reagiert. Der hat das gar nicht gecheckt, glaube ich. Der fährt auch immer noch links und wird von dem Mercedes da hinten rechts überholt. Was macht der Typ? Warum fährt er nicht mal rechts? Wenn er sowieso weniger als die Höchstgeschwindigkeit fährt. Das ist doch beschissen. Mach's gut, Diggi. So. Wieder mal einen netten Abonnenten getroffen. Der war sogar über 25. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Sonst sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Und. Und haut rein, ihr Landratten. Tschau. Das war's für heute. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung des ZDF für funk, 2017